Ja, meine Freunde, und da bin ich wieder nach dem Klassenerhalt. Es wird heute ein sehr, sehr langes und spannendes Video. Es wird sich viel um unseren Kader für die nächste Saison drehen. Ja, welche Spieler, ja, welche Verträge laufen aus 2024 und werden eventuell ja noch verkauft? Das wird ein Thema. Ich werde sämtliche Aufstellungen mit euch durchgehen, zu jedem Spieler, zu jeder Position was sagen. Wo muss ein Transfer her? Dreierkette, Viererkette. Wie habe ich die Spieler dieses Jahr gesehen? Zum Beispiel in Gummi, alle. Es wird über alles hier heute gesprochen. Es wird teilweise auch etwas härter. Es ist meine Aufgabe, hier das härter anzusprechen. Es ist keine Saisonanalyse. Da kommt ein separates Video noch, warum wir so eingebrochen sind. Es ist mir auch eine Kaderanalyse. Es geht jetzt nicht, das ist nicht meine Saisonanalyse, aber es wird ein langes Video. Wie ihr seht, über 30 Minuten. Ich freue mich sehr, wenn ihr hier wirklich aktiv zuhört. Ich habe wirklich viele Spiele auch angesprochen, wie ich sie gesehen habe dieses Jahr. Und ich möchte schon mal ganz klar sagen, ich liebe diese Mannschaft. Ich bin Augsburg-Fan geworden. Nicht, weil ich Erfolge, einen Titel sehe hier in Augsburg. Und weil ich Augsburger bin, seitdem ich, ich bin hier geboren. Ich bin hier als Baby geboren und bin seit 32 Jahren in dieser Stadt. Und ich liebe diesen Verein. Und was am letzten Spieltag für eine Emotion ausgelöst wurde, wo Stuttgart, Hoffenheim für uns gespielt hat, das Tor gemacht hat. Wo Hoffenheim also in Führung ging. Leute, das habe ich nur bei diesem Verein. Das ist geisteskrank. Das ist einfach nur geil. Dieser Verein ist so viel, bedeutet mir so verdammt viel. Und das wir, das habe ich nur bei diesem Verein. Und ich möchte allen auch sagen, Leute, bei aller Kritik, wo ich auch hier an alle sage, ich liebe die Spieler, ich liebe die Jungs. Es ist nur sportlich gemeint. Und nur dieser Verein löst bei mir dieses Herzblut aus. Wo, ja, in diesem Extrem. Ich war ja wirklich die letzten drei, vier Wochen komplett durch, weil ich Sorge hatte, dass wir absteigen. Es gibt noch die deutsche Nationalmannschaft, wenn ein großes Turnier ist. Da fieber ich auch komplett eskaliert mit. Aber ich glaube nicht so extrem wie beim FC Augsburg. Und das möchte ich bei aller Liebe hier auch allen Fans nochmal sagen. Wir brauchen, habe ich auch oft schon gehört, eine Fanszene, die zusammenhält. Wir können kritisieren. Wir können unzufrieden sein. Wir sollten es aber nicht übertreiben. Denn die Jungs brauchen uns nächstes Jahr. Wenn wir zusammen nächstes Jahr einen Schritt nach vorne machen, ist auch egal, wer auf der Trainerbank sitzt. Ist egal, wer bei uns im Kader ist. Wir müssen die Mannschaft dann, in diesem Moment, wo die Saison losgeht, zu einem Millionen Prozent unterstützen. Und die Fans können einen unglaublichen Teil dazu beitragen, dass es im Verein auch sportlich nach vorne geht. Ich glaube, das hat Schalke 04 toll bewiesen, auch in schlechten Zeiten zusammenzuhalten. Das ist das, was wir hier in Augsburg brauchen. Und das machen ja wir eigentlich auch. Aber ich möchte auch diesen Appell ganz klar nochmal sagen, Ich bin unglaublich stolz, Augsburger zu sein. Ich bin unglaublich stolz, hier diesen Verein vertreten zu dürfen für euch auf YouTube. Und diese Emotionen, die ich am letzten Spieltag beim Klassenerhalt hatte, wir hatten ja Tränen in den Augen im Livestream. Es war Gänsehaut. Wir haben ein Scheißspiel gemacht, aber Hauptsache, wir sind drin geblieben. Und es wird eine knallharte Analyse hier schon teilweise heute geben, zu gewissen Positionen. Aber es wird von mir auch noch eine Analyse geben, zu dem, warum wir uns so schwer tun, ins letzte Angriffsdrittel zu kommen. Was hat mir dieses Jahr jetzt nicht gefallen? Das ist schon teilweise hier heute dabei, wird aber noch in den nächsten Videos ein großes Thema sein. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt einfach Spaß. Wir gehen rein und gucken uns mal einfach Step für Step alle Positionen, Situationen, Verträge an. Ja, habt einfach Spaß und supportet Augsburg weiter. Bei aller Kritik wollte ich das nochmal sagen. Das ist unser Verein und wir machen weiter. Also viel Spaß. Ich habe jetzt erstmal für mich das Ganze verdaut, die letzten Tage. Ich habe jetzt langsam wieder ein bisschen Energie bekommen. Ich habe wirklich in der FCA-Pause gebraucht. Das war so anstrengend. Der Klassenerhalt die Saison hinten aus war wirklich gar nicht gut. Wir hatten einen großen Knick in der Saison, wo dann bei uns wirklich spielerisch gefühlt immer weniger ging. Und mit diesem Tiefpunkt gegen Gladbach, das ging gar nicht. Also da hat ja die Mannschaft genauso erwähnt. In einem Spiel, wo es um so viel ging, so einen Auftritt in Gladbach hinzulegen bei einer Truppe. Für Gladbach ging es ja um nichts. Das war wirklich unerklärlich. Das war schlecht. Das war schwach. Da wird auch eine messerscharfe Analyse kommen, hat Enno Maasen gesagt. Ich hoffe, sie kommt wirklich. Weil auch er und auch viele andere müssen hier diese Saison wirklich vieles hinterfragen. Sonst wird es nächstes Jahr wirklich nicht besser werden. Der Potenzial dieser Mannschaft, das Potenzial dieser Mannschaft ist ja wirklich da. Und mit Pfeiffer haben wir jetzt schon mal einen Grundstein gelegt. Ich möchte jetzt hier in diesem Video noch nicht meine Analyse und meine Kritik zum Kader machen, zur Saison. Das kommt noch in einem separaten Video, wo ich wirklich dann euch das alles auch schön aufschreibe. Ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht. Aber ihr hört schon raus, man kann mit dem Klassenhalt, muss man zufrieden sein. Man ist richtig glücklich. Ich war jetzt auch letzten Tage, ist schönes Wetter. Habe das echt genossen, dass wir nächstes Jahr wieder für die Bundesliga planen können. Aber was am Ende so passiert ist, spielerisch, puh, das war wirklich sehr schwach. Das war sehr schwach. Enrico Maas ist auch der Trainer mit dem niedrigsten Punkteschnitt in der ersten Liga bei uns. Das ist auch nicht gut. Das sind viele Sachen, die einfach nicht gut waren. Aber das alles stört mich nicht. Mich hat am Ende auch unsere spielerische Attitüde, gerade im letzten Angriffsdrittel, das war schon sehr, sehr wenig. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich habe es ja schon auf meinem Zweitkanal gesagt. Im letzten Angriffsdrittel waren wir, gerade in der Rückrunde, finde ich, die schlechteste Mannschaft der Liga. So irgendwie mit der Hertha gleich auf. Und das darf und kann nicht das Ziel sein. Und hier ist auch der Trainer gefragt. Weil ich bin zu 100% sicher, dass wir mit Enrico Maas in die neue Saison gehen. Er war auch mitentscheidend, dass wir überhaupt so einen Spieler wie Patrick Pfeiffer kriegen. Das macht er wirklich klasse. Der Enno, dass er Spieler überzeugt, hierher zu kommen. Aber am Ende zählt auf dem Platz. Egal wie gute Spieler du kriegst, du hast spannende Talente auf dem Platz zählt. Und die Leistungen waren nicht gut mehr in den letzten Spielen. Keine einzige. Bis aufs Unionsspiel haben wir jedes Spiel verdient. Oder waren einfach die schlechtere Mannschaft. Haben kaum was nach vorne hinbekommen. Ihr seht schon, ich fange jetzt schon ein bisschen an mit da. Aber es ist ja nicht dieses Detail. Aber es muss einfach raus. Es ist bei mir eine kleine Sorge entstanden. Aufstellungen waren komisch. Im letzten Spiel die Aufstellung mit dem Weger hinten, Gummni rechts. Boah. Muss so viel hinterfragt werden. Auch im Mittelfeld. Da reden wir jetzt ja gleich drüber. Es muss analysiert werden. Messerscharf. Ich würde so eine kleine Teilanalyse hier schon mit einbauen. Weil wir über den Kader sprechen. Aber die riesen XXL-Analyse kommt noch. Da muss einiges auch von mir raus. Weil das war fußballerisch gerade in den letzten Spielen schon Offenbarungseid gerade in Gladbach. Das geht so nicht. Genau. Also Pfeiffer kommt. Vertrag bis 227. Vier-Jahres-Vertrag finde ich eine sehr gute Sache. Vier Jahre ist ein langer Vertrag für einen Profi. Er ist in seiner Primetime junger Spieler. Jetzt ordentlich Entwicklung gehabt. In Darmstadt ist der wertvollste Spieler auch von Darmstadt. Ein Transfer, wo uns auch viele Glückwünsche schon entgegenkamen. Unter anderem auch von Nico. Der wollte ihn ja auch unbedingt nach Bremen holen. Richtiger Brecher. Sehr großer Innenverteidiger. Beidfüßig. Super Spieleröffnung. Kann in der Dreierkette spielen. Als auch in der Viererkette. Wird wohl der neue Abwehrchef jetzt langfristig. Er wird jetzt nicht sofort der Chef. Aber er wird auf jeden Fall eine Führungsposition da hinten kriegen. Wird auch Stammspieler sein. Bin ich mir sicher, dass er das packt. Gerade auch, wenn man guckt. Ich gucke jetzt mal schon auf unsere Aufstellung. Ich habe mal erstmal mit der Viererkette gezeichnet. Udo Kai oft verletzt. Ja leider. Oxford. Muss man ja gar nicht drüber reden. Ja, das wird uns schon gut tun mit einem Pfeiffer. Er ist jetzt aber, das muss ich auch ganz leid sagen, weil es so öfters kam, für das erste Spiel auf jeden Fall schon mal gesperrt. Die rote Karte, die er am 34. Spieltag gesehen hat in der 2. Liga, die gilt auch für die 1. Liga. Also er wird uns am 1. Spieltag fehlen. Das ist Fakt. Also damit ich das gleich mal vom Tisch habe, das ist bitter. Aber ja, das ist jetzt nun mal so. Trotzdem haben wir einen ultrageilen Kicker bekommen, an dem ja auch viele interessiert waren aus der 1. Liga. Und er wird uns weiterhelfen. Wir müssen da vielleicht auch einfach ein bisschen Geduld haben. Aber ich denke, man plant mit ihm als Abwehrchef. Gerade wenn man die Verträge jetzt anschaut, die in Zukunft auch auslaufen. Schauen wir uns mal die Viererkette an. Also im Tor erstmal habe ich Kubek immer noch eingezeichnet. Solange da nichts fix ist. Solche Videos werden ja öfters kommen in Zukunft, wenn neue Spieler fix sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass Finn Dahmen kommen wird. Und wenn nicht, wird es Torwart X. Über Kubek sprechen wir noch später. Rechter Verteidiger. Ein rechter Verteidiger. Ihr seht es Gummi in Klammern. Jensen, Kalejuri geht ja zum Beispiel. Czolina hat sich ja nicht mal links ansatzweise durchsetzen können, geschweige denn rechts. Hier muss ein Spieler her. Hier muss ein Spieler her mit Stammplatzqualität, der vor allem nach vorne auch richtig Energie hat. Weil man kann ja auch mit Dreierkette spielen. Und ich glaube, Erno will das auch. Das Dreierkette-System habe ich auch schon gemalt. Hier muss ein Spieler kaufen. Das ist ein Mast-Transfer. Hier gibt es keine Diskussion. Framberger wird das nicht lösen können. Der hat ja schon in Sandhausen seine Probleme, Stammspieler zu sein. Da muss ein Spieler her. Und da muss ein guter Transfer her. Hier muss auch Geld investiert werden. Hier muss man einen Jungen holen, der sowohl defensiv seine Aufgaben macht, aber gerade auch nach vorne uns ein bisschen Dampf macht. Nach Kreativmomente. Da ging diese Rückrunde her überhaupt nichts mehr. Das ist auch ein rechter, linker Verteidiger, muss nach vorne Flanken schlagen. Wenn ich da an Köln denke, wenn ich da an Stuttgart denke, wie viel Dampf da die Flügelverteidiger machen mit Wagnumann, Sosa, Benno Schmitz bei Köln. Leute, da ist so viel Luft nach oben. Und diese rechte Verteidigerposition war sowohl offensiv als auch defensiv ein Riesenproblem. Gubini hat einen Leistungsabfall gehabt. Das war wirklich nicht zu erklären, was da passiert ist. Er hat eine Hinrunde, ordentliche Spiele gehabt. Aber was in der Rückrunde teilweise da passiert ist, Bälle drüber geschlagen, durchgelassen, falsch antizipiert. Die hohen Bälle und gegen Gladbach war das ja auch, gegen Thuram teilweise. Ich muss es gar nicht mehr ins Detail erwähnen. Wir brauchen einen rechten Verteidiger. Punktausschluss. Hier muss ein Transfer her. Wenn wir dieses Jahr da nichts machen oder wieder einen Linksfuß holen, der auch rechts spielen kann, hört auf damit, holt einen rechten Verteidiger, einen Rechtsfuß, der diese Position lange spielt, der auch dampft nach vorne, der das bewiesen hat, dass er es kann. Weil das ist eine Riesenbaustellung, wenn nicht sogar die größte von uns im Kader. Da muss was passieren. Gubini kann dann in den Konkurrenzkampf gehen, aber der muss sich wirklich bewahren, weil das war wirklich teilweise sehr, sehr schwach, was er da in der Rückrunde gespielt hat. Wirklich einen riesen Leistungsknick gehabt. Er hatte wirklich in der Hinrunde auch gute Spiele. Da haben wir ihn gefeiert, auch berechtigt gefeiert. Aber das war in der Rückrunde Wackeln pur. Wackeln pur. Und Petersen musste ja ständig rechts aushelfen. Und das kann nichts in der Sache sein. Ein rechter Verteidiger muss verpflichtet werden. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Wenn ich schon in Klammern Jensen habe, einen Offensivspieler als Backup, da wird mir schon schwindelig. Hier muss was passieren. Innenverteidigung, finde ich, ist die Position, wo wir am besten aufgestellt sind, tatsächlich jetzt durch den Pfeiffer-Transfer. Hier muss man aber ganz klar auch sagen, dass bei Felix Urukai Vertrag bis 2,24. Ich werde euch jetzt auch mal da gleich alle einblenden, wo der Vertrag bis 2,24 geht. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir die in der Übersicht haben. Habe ich ja vorhin schon mal gemacht. Das sind alle Spiele, wo der Vertrag bis 2,24 geht, wo man letztmöglich Ablöse generieren kann. Ich werde auch zu jedem Spiel noch meine Meinung sagen, was ich so denke, was passieren wird. Urukai hoffe ich wirklich sehr, dass er bei uns bleibt. Er hat wirklich gezeigt, wenn er fit ist, dass er uns helfen kann. Aber er ist auch verletzungsanfällig. Leider Gottes, das tut immer richtig weh. Darum bin ich froh, dass wir Pfeiffer jetzt geholt haben. Und ich könnte mir auch eine bockstarke IV vorstellen mit Pfeiffer, Urukai und vielleicht auch Oxford. Oxford ist einfach wirklich das Problem, dass man mit ihm gar nicht weiß mehr, was da los ist. Das scheinen ja richtig große Probleme zu sein bei ihm im Knie. Entweder ist da was vorgefallen. Ich habe keine Ahnung, was diese Saison war komplett von Verletzungen geplagt von Ries. Aber die IV ist an sich auch mit Maxi Bauer noch, den ich hier nicht mal einmalen konnte, Guwe top besetzt. Guwe hat sich auch schon geäußert, dass er bleiben will, gerne auch seinen Vertrag verlängern will. Ich bin ja wirklich gespannt, was am Ende hier passiert. Wie gesagt, mit Udo und Guwe haben wir zwei Spieler, die Vertrag bis 2024 haben, wo man auch auf jeden Fall in die Vertragsgespräche wohl gehen wird. Ansonsten könnten sie uns halt ablösefrei nächstes Jahr verlassen, wenn gar nichts passiert. Das ist hier so ein bisschen das Risiko. Ich bin bei allen noch guter Dinge, dass sie bleiben. Bei Urukai hoffe ich sehr, bei Guwe hoffe ich es irgendwie auch immer noch. Er hat es ja auch gesagt, er tut sich so mit diesem Verein identifizieren. Das ist sein Verein geworden. Ihn in den Konkurrenzkampf zu schicken, ist, finde ich, eh nicht verkehrt. Er ist immer noch der Kapitän. Könnte man auch immer noch behalten. Dann hätten wir in der IV, Pfeiffer ist, wie gesagt, für mich gesetzt, wenn er fit ist, wirklich schon eine sehr gute Besetzung. Freddy Winter ist ja auch jemand, der noch kommt. Da glaube ich, wird es aber noch auf ein Jahrleihe hinauslaufen. So ist mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass er sich bei dieser starken IV dann doch von den Namen her durchsetzen kann. Und auf der Bank soll er auch nicht versauern. Also wie gesagt, die IV sehe ich keinen Handlungsbedarf. Durch Pfeiffer hat noch was getan. Bin aber auch gespannt, ob Urukai und Guwe dann am Ende hier wirklich bei uns über diesen Sommer bleiben. Weil es werden vielleicht auch Angebote reinflattern. Ich würde schon hoffen, dass auch beide noch bleiben, dass wir da zumindest Ruhe haben auf der IV-Position. Und dann gehen wir auf die linke Verteidiger-Position. Ich habe schon vereinzelt gesehen, sogar auf der linken Verteidiger-Position wünschen sich gewissermaßen Leute von euch ein Transfer. Das Ding ist, ihr habt unten Iago. Und bei Iago gehe ich stark davon aus, dass es in die Türkei ziehen könnte, nach Istanbul. Er wollte wohl ja schon im Winter wechseln. Also ich glaube, dass wir mit Iago leider Gottes nicht mehr planen können. Ich gehe stark davon aus, dass hier ein Transfer passiert. Hier kriegen wir auch noch Ablöse. Und dann bleiben Petersen, Czolliner und unser lieber Aaron Zehntal. Er hat auch Vertrag bis 2024, Leute. Und für mich einer der größten deutschen LV-Talente auf jeden Fall. Er spielt auch für die deutsche U19. Würde ich extrem schade finden. Für mich war dieser Czolliner-Transfer, ohne jetzt Czolliner zu nahe zu treten, eh schon nicht ganz verständlich. Ich war sehr am Zweifeln, ob er uns in diesem Nacht, also nach dem Winter helfen konnte. Er hat auch wirklich kaum gespielt. Also meine Zweifel haben sich vorerst erstmal bestätigt. Aber Czolliner ist auch ein junger LV. Das darf man alles nicht vergessen. Dass der als rechter Verteidiger teilweise genannt wurde, auch aus der Community, habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil er hat sich ja nichtmals bei Heiduk Split in Kroatien da durchsetzen können. Weder auf links noch auf rechts. Warum dann in Augsburg? Also da kam bei mir sofort Zweifel auf. Ich habe ja auch mit Kroaten gesprochen, die den gut kannten. Aber ja, er ist auch noch jung, auch in dem Entwicklungsprozess. Aber für mich ist Petersen der einzigste Flügelverteidiger, der bis jetzt bestätigt hat, dass er uns wirklich qualitativ, wenn wir auch einen Step Richtung Bundesliga-Mittelfeld machen wollen, helfen kann. Weil er sich stetig ein bisschen entwickelt. Sein Einsatz spricht eh für sich. Alle anderen haben das für mich nicht gezeigt. Sprich, wir müssen jetzt überlegen, traut man Aaron diesen Step zu, nächstes Jahr auch wirklich eine Option für den A-Kader zu sein. Ich sage hier ganz klar, man sollte Aaron auf jeden Fall mit einplanen. Für mich ist Zehnter der beste offensive Flügelverteidiger in unserem Kader. Das ist einfach so, weil er eine wahnsinns Flankenqualität hat. Auch ist ein Halbfeld sehr offensiv denkender LV. Wenn man also grundsätzlich in Augsburg ein bisschen mehr nach vorne machen will, gerade auch aus der Dreierkette draus, ist für mich Zehnter ein sehr interessanter LV auf dem Flügel, könnte man auch die Schiene mit ihm überlegen, ein bisschen mitzubesetzen. Das heißt nicht, dass er Stammspieler wird, aber eine ernsthafte Position kriegt, dass er spielt. Ist für mich so ein Spieler, dem man wirklich eine Perspektive geben sollte. Wenn man das nicht macht, im Sinne von Aaron, muss man vielleicht schauen, und es mit dem Vertrag verlängert und ihn einfach verleiht in die zweite Liga. Er muss jetzt auch spielen auf höherem Niveau. Für mich ein Riesentalent und der beste offensive LV, weil er einfach diese unglaubliche Flankenqualität zeigt. Und das ist für mich so ein LV, moderner LV, den es in Zukunft auch in Augsburg auf der rechten Seite braucht, nicht nur auf der linken Seite. Petersen, wie gesagt, für mich so oder so auf der rechten und linken Seite aktuell der beste Verteidiger. Also obwohl er kann rechts und links, ist er momentan der stärkste. Und das kann so nicht sein. Rechts muss was passieren. Links, sage ich, kann man was machen. Oder man sagt, man geht wirklich mit Petersen, Zehnter und Schorliner in die Saison und gibt Zehnter auch eine ernsthafte Perspektive. Weil wenn einer wohl aus der Jugend, Köhme ist da auch noch ein Spieler, das aktuell schafft, in die erste auch mit reinzurücken und auch wirklich zu spielen, dann ist es Aaron. Das ist natürlich ein gewisses Risiko auf eine gewisse Art. Aber wenn man jetzt hier noch einen linken Schienenspieler kauft, dann hat man hier wirklich die Tür zugemacht. In der Hinsicht, Hal Petersen, an ihm wird nichts vorbeikommen, stand jetzt, glaube ich. Er ist wirklich so flexibel auch. Und ja, das muss man hier einfach bedenken, weil ich da einfach auch gesehen habe, ihr wünscht euch was für die linke Schiene. Ja, spielt man mit einer Dreierkette, muss man auf jeden Fall links oder rechts einen Spieler holen, der seine Rolle extrem offensiv interpretiert und uns da einfach eine Überzahl gibt, wie zum Beispiel ein Trimmel bei Union, Überrang macht oder ein Juranovic bei Union, Roussillon macht es klasse. Ein Schienenverteidiger in der Dreierkette ist unglaublich aktiv, auch nach vorne. Ich sehe hier in diesem Kader aktuell nur Aaron Zehntner mit diesem Skillset, der das spielen könnte. Dafür ist er aber noch zu jung, ob er das wirklich dann, versteht ihr, man muss ihm eine Spielpraxis geben, eine ernsthafte Option. Und Petersen sehe ich halbwegs da auch noch in der Qualität, das zu spielen. Aber da braucht es auch einfach einen Spieler, der das auch technisch kann, der das läuferisch kann, dir Dampf über dem Flügel geben kann. Siehe Trimmel, siehe Benno Schmidt, siehe, das sind so Spieler, die einfach das runteracken, Riasson, der auch jetzt nach Dortmund gewechselt ist. Das ist einfach ein anderes Profil, wo du an Aufgaben hast und du musst auch scoren in der Schiene, in der Dreierkette. In der Dreierkette ist ein Schienenspieler ein Scorer, einer, der dir 5 bis 7 Assists auch geben sollte. Zumindest auch viel Dampf nach vorne machen kann. Aktuell sehe ich, dass bei uns auf dieser Position von keinem einzigen Spieler optional Zehnter, aber hier muss natürlich Entwicklungsprozess auch abgewartet werden. Petersen traue ich die Rolle noch am ehesten von der Leistung zu. Aber ist Petersen wirklich ein Spieler, der dir 5 bis 7 Scorer da auch gibt und auch Kreativbereich das schafft? Das weiß ich nicht. Aber er ist für mich noch der, wo ich auf jeden Fall auch den Vertrag verlängern würde. Petersen, von dem kriegst du Einsatz, Engagement ist für mich aktuell, sowohl auf der rechten und linken Verteilposition, der beste Verteidiger auf dem Flügel von uns. Und das ist alarmierend. Da muss was passieren. In der Hinsicht muss ein Spieler kommen, der uns wirklich qualitativ sofort weiterhilft. Und vor allem eigentlich auf der rechten Seite eher. Naja, ob Jorlina diese Position spielen kann, bis jetzt weiß ich es nicht. Er hat nicht ohne Grund nicht gespielt. Das muss er nur Maaßen beurteilen. Wir sind da einfach zu weit weg. Er war mal ein Riesentalent, hat Ansätze gezeigt, aber nur Ansätze reichen nicht. Das reicht nicht in der Bundesliga. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir Qualität in den Kader kriegen, auch auf unseren Flügelverteidiger-Positionen. Und Petersen ist ja auch jemand, der viel belastungssteuerungstechnisch raus, rein rotiert. Ihr seht schon, ich freie voll aus, aber das soll ja heute auch so sein. Der braucht Pausen, der ist auch mal verletzt, der spielt so körperlich aufopferungsvoll. Da muss auch ein Backup kommen für ihn. Er ist momentan einfach Verteidiger LV, LV Nummer 1. Genau, dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Zum Thema Thomas Kubeck auch hier. Glaube ich, wenn Damen kommt, dass er nicht in die zweite Reihe mehr rückt und dass man eher über den Verkauf nachdenkt. Auch hier muss man sich da natürlich Gedanken machen, ob man dann einen kleinen zum Beispiel als Nummer 2 aufbaut. Wer wird dann die Nummer 2, das auch nochmal abschließen? Also, da haben wir die Jungs auch mal abgeklärt. Wie gesagt, alle, Vertrag bis 2,24. Mittelfeld. Puh, wie sage ich das am besten? Wir haben jetzt Breithaupt schon in Klammern da. Da bin ich froh, dass er kommt. Ist ein Spieler, der ein bisschen Struktur, Ruhe reinbringt wie ein Weigel. Ist aber noch nicht fix. Darum möchte ich noch nicht über ihn viel reden, solange es nicht fix ist. Vega hat in der IV jetzt gespielt gegen Gladbach. Also in der Innenverteilung will ich Vega nicht mehr sehen. Der war komplett überfordert. Der ist für mich im Sechser. Auf der LV-Position, Flügelverteidiger-Position, fand ich Vega noch in Ordnung. Aber IV bitte nicht mehr. Also das war wirklich, der war komplett überfordert. Gar keine Ordnung hat er halten können. Wir wurden überrannt. Das hat er auch mit Vega zu tun, der teilweise zu hoch geschoben ist für den IV. Da darf er nicht mehr spielen. LV war okay. Darf aber auch keine langfristige Lösung sein, weil das ist kein linker Verteidiger. Vega sehe ich mehr auf der Sechst. Da hat er bis jetzt aber noch nie gespielt. Dementsprechend kann ich das null beurteilen, ob das was ist. Er hat eine hohe Klausel. Ich ziehe ihn mal hoch. Haben wir schon drüber gesprochen. Mache ich keinen Fass auf mehr. Wenn man die bis Ende August nicht zieht, kann er gehen im Winter. Und das muss man sich jetzt überlegen. Bis August, ob man das macht. Für mich ist er mehr ein Sechser. Das ist seine Stammposition. Hier haben wir ihn aber noch nie gesehen. Dann gehen wir zu Elvis. Wie sage ich das jetzt am besten? Also für mich, er war Stammspieler unter Enno. Es ist scheinbar auch einer seiner Lieblinge. War auch Ennos Wunsch, ihn zu holen. War das die ganze Saison über einfach zu wenig. Ich muss es leider so sagen. Mit Ball gibt er uns gar keine Ruhe. Er ist ein Kämpfer. Er gibt wirklich alles für unsere Farben. Mentalität, mit dem Publikum interagiert er. Das macht er alles top. Er kann spielen, wenn man wirklich mit einem 4, 1, 2, 3 spielt. Also wenn Elvis vor der Abwehr nur einen Staubsauger macht und davor zwei Achter mit Meier und Dorsch vielleicht zum Beispiel. Und Elvis macht nur den Staubsauger. Dann kann er für mich Stammspieler sein. Aber in keinem anderen System. Also er hat wirklich viel Kredit bekommen dieses Jahr von Enno. Wurde er jetzt auch teilweise früher ausgewechselt, auch gegen Gladbach. Aber spielerisch, das sind Defizite, die sind ein Ticken zu groß in meinen Augen. Ich muss das so klar ansprechen. Viele Fehler, unglaublich viele Fehlpässe. Gibt uns kaum Ordnung und Ruhe und Struktur im Mittelfeld. Das ist nun mal auch die Aufgabe eines Sechsers. Nicht nur gegen den Ball zu ackern, sondern auch mit dem Ball deiner Mannschaft zu führen. Mal kurz zu kommen. Ein Gefühl für ein Spiel zu entwickeln. Gerade wenn der Pass nach vorne kommt, spielt er wirklich den Ball viel zu oft unsauerbar. Und es hat sich die ganze Saison gezogen. Ohne Pause. Vereinzelt waren mal gute Spiele drinnen. Wo er dann echt mal tiefer kam. Auch viele Bälle. Er hat auch wirklich viele Bälle für uns mal gut gemacht. Aber das ist mit Ball zu wenig. Es tut mir wirklich so leid von Elvis, dass ich das so sagen muss. Er muss einen Riesenschritt nach vorne machen, wenn der Stammspieler werden wird. Nichts soll. Nichts ist ja. Für mich ist das in diesem System so einfach nicht der Sinn der Sache. Er hilft uns da nicht wirklich. Das schadet mir einfach, weil er viele Fehlpässe spielt. Er gibt alles. Aber fußballerisch enorm dezimiert. First Touch nicht gut. Das Verwunderliche ist, immer wenn ich im Training bin, trainiert er auch wirklich sehr stark. Er ist jemand, der im Training wirklich mit der Beste ist. Das muss ich wirklich sagen. Also es ist von dem, was ich gesehen habe. Aber im Spiel selber mit Ball, wo wir auch enorm Probleme hatten. Ihr müsst es euch so überlegen. Im Fußball, was uns enorm gefehlt hat, gerade in der Rückrunde, den Ball von der Abwehr ins letzte Angriffstrittel mit Ruhe zu führen. Das haben wir so schwer getan, den Ball ins letzte Drittel zu kriegen. Das ist auch eine Aufgabe vom Mittelfeld. Das ist schon echt gravierend. Und es liegt an allen hier, an der Abwehr, an unseren Schienenspielern. Es ist ein Gesamtkonstrukt aus allem, dass sie uns so schwer tun, ins letzte Angriffstitel zu kommen. Und dann, wenn wir im letzten Drittel sind, uns auch mal festzusetzen. Wir hatten ganz wenig Druckphasen. Wir hatten ganz wenig Flanken, mal mehrere Flanken am Stück, wo man das Publikum mitnimmt. Jede Mannschaft hat das hinbekommen, außer wir und vielleicht die Herder. Und das kann nicht der Anspruch sein. Das darf nicht sein. Und hier ist auch mit leider das aus dem Mittelfeld raus, wo für mich man schon überlegen muss, wie macht man das? Entweder macht Elvis einen Riesenschritt nach vorne im Fußball, im Spiel selber. Das muss er machen. Oder er kommt als Joker mehr rein, wenn wir führen. Oder auf der 60. Weil er kann seiner Energie uns mehr helfen als als Stammspieler. Für mich ist das, das muss auch Enno schon wirklich in Zukunft gucken. Er hat Lieblinge im Kader, das hat jeder Trainer, auf die er setzt Achsen. Aber für eine Achse spielt Elvis zu unkonstant, zu unregelmäßig gute Spiele, um jedes Spiel auf der Sechs zu spielen. Das musste ich jetzt heute auch mal klar ansprechen. Er ist jemand, den ich an sich gerne in der Mannschaft habe. Von der Banken her, wenn man ihn wirklich braucht als Läufer, als Staubsauger. Man kann in einer anderen Struktur, wie ich es erwähnt habe, dass er vor der Abwehr spielt und davor zwei Achter. Da kann er auch starten. Aber in einem 4-4-2 oder in der Dreierkette ist er für mich fußballerisch einfach zu beschränkt leider. Also das meine ich mit Ball. Das ist viele Fehler, viel zu viele Fehler. Er bringt uns keine Ruhe da rein. Über die ganze Saison habe ich das schon beobachtet. Da muss man sich überlegen, was macht man? Wird man auf der Sechs noch was tun? Spielt Breithaupt dann? Weil er wird dann das übernehmen, diesen Ruhepol vor der Sechs. Wie wollen wir spielen nächstes Jahr? Niklas Dorsch, sage ich gleich, ist für mich unumstritten. Wenn er fit ist, gegen den Ball top, was der Fußball spielen kann, was für ein Potenzial der hat, hat er schon öfters bewiesen. Jetzt müssen wir hoffen, dass er gesund bleibt. Niklas wird spielen. Er kann auch diesen defensiven Staubsauger-Part, Aggressive Leader, dann spielen. Den Rechtsbetschei auch lange gespielt hat. Beide auf dem Feld ist für mich nicht die Lösung. Es muss neben Dorschi, der für mich Stammspieler ist, jemand spielen, der ihn ein bisschen entlastet. Der ihm aber auch Ruhe hilft, das Spiel zu gestalten. Das könnte ein Breithaupt machen. Breithaupt kommt vom KSC. Wenn er kommt, es ist wie gesagt, ich rede nicht so gern über Spieler, der noch nicht da ist, aber es schien ja doch weit sein, könnte er uns in der Hinsicht helfen, dass er unserem Spiel Struktur gibt, Ruhe, auch in engen Phasen den richtigen Pass wählt. So wie so ein Weigel. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden im Mittelfeld, auch kein Engels, der ist dafür in meinen Augen auch zu jung noch. Der hat auch viele schwächere Spiele jetzt gemacht. Es braucht jemanden im Mittelfeld, der hilft und mit Ball hilft, der uns Ruhe gibt. Pfeiffer wird uns aus der Abwehr schon helfen, der ist spielerisch echt gut. Aber auch jemanden, der uns einfach da eine Struktur gibt. Köln hat einen Förster, Stöger, die das gut machen. Bochum, sorry. Köln hat Skiri. Du brauchst einfach Spieler, die im Mittelfeld die Mannschaft ordnen und sortieren. Du brauchst diese Jungs. Und wenn du die nicht hast, Schalke hat in der Rückrunde Krall und Kraus, die das beide super gemacht haben auf der 6-8. Die haben den Ball getragen für Schalke 0-4 aus dem Mittelfeld ins letzte Drittel. Wir brauchen da was, Jungs. Ich verzweifle sonst. Ich bin wirklich ehrlich, das war dieses Jahr zu wenig. Entweder kommt er in einen riesen Leistungsschub von zum Beispiel Rex oder es muss Hilfe von außen kommen. Arne Mayer darf man auch nicht vergessen, kann ja auch da spielen neben Dorschi. Auch noch ein Thema. Arne Mayer, eigentlich Stammposition der 6er, 8er. Man muss hier, muss Enno sich Gedanken machen. Ich bin nicht der Trainer. Ich analysiere nur von außen. Ich habe Ahnung vom Fußball. Ich kann nur das bewerten, was ich gesehen habe und vielleicht hier Arne Mayer auch wieder ins Zentrum ziehen oder man holt noch Hilfe. Jede Mannschaft hat in der Schlussphase so aus dem Mittelfeld Krall und Kraus von Schalke. Es kann nicht sein, dass die so viel Kontrolle hatten jetzt in den letzten Spielen und Druck gemacht haben mit der ganzen Mannschaft natürlich und wir im Mittelfeld so wenig machen. Kann nicht sein, Leute. Das ist zu wenig. Damit können unsere Jungs auch nicht zufrieden sein. Das ist nicht der Anspruch. Und ich bin mir sicher, das sind sie auch nicht. Hier muss sich jeder hinterfragen. Hier muss eine messerscharfe Analyse her, warum wir so viele Probleme haben, den Bayerns letzter Angriffstitel zu kriegen. Liegt an allen. An der Schiene, liegt an den Abwehrspielern, liegt an den Sechsern, Achtern, liegt aber auch an unserer Flügelzange. Da kommen wir jetzt dazu. Mayer hat es sehr viel gespielt, hat Tore gemacht, hat es noch ordentlich gemacht in meinen Augen. Auf rechts, da kann man nicht mal wirklich viel dagegen sagen. Grundsätzlich bin ich aber kein Fan, wenn ein Sechser, Achter ständig auf der rechten Seite spielt. Bin ich kein Fan von. Es kamen über den Flügel zu wenig. Zu wenig Flanken, zu wenig Druck. Wir kamen ja nicht ins letzte Angriffsdrittel. Also scheint ja da auch etwas nicht zu passen. In meinen Augen muss hier auf jeden Fall überlegt werden, was gemacht wird. Jeboa gehe ich leider davon aus, dass das irgendwie endet bei uns. Es tut mir echt weh, weil das ist so ein Strahlemann, das ist ein toller Typ. Ich glaube, der könnte auch viel mehr. Der hat zu wenig gespielt, hatte auch Verletzungspech. Ich hätte gerne mehr von ihm auch gesehen als Starter. Aber es wird so einen Spielertypen brauchen. Entweder überhält man Calvin oder man holt einen neuen. Man braucht auch einen Flügel. Eins gegen Eins Spieler, die das Tempo ein bisschen mitnehmen, ins Dribbling reingehen können. Gefühl haben, für den Raum einfach, die den Gegner wehtun. Wenn ich dann zum Beispiel an einen Silas von Stuttgart denke, an einen Führig, Asano und Anvia Jay von Bochum. Da kamen von diesen Teams ja im Keller, von Almir, Luke Bakio, von Hertha. Wir brauchen so einen Spielertyp, Leute. Da muss auf dem, entweder bleibt es Calvin, könnte ich auch mitleben. Muss man gucken, wie man das mit der Ablöse macht, weil sechs Minuten ist einfach, glaube ich, zu viel. Oder man holt einen. Wir brauchen einen Transfer hier. Vielleicht auch einen Luke Bakio. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Aber es braucht einen Spieler wie Silas, Luke Bakio, Geraldo Becker, der einfach Dynamik über den Flügel uns bringt. Oder eben als Stürmer dann spielt im Doppelsturm. Hier muss was passieren. Meier hat das solide gemacht. Ist auch eine Option für ein paar Spiele. Aber nicht jedes Spiel. Sag ich auch ehrlich. Engels sehe ich auch mehr auf dem Flügel. Oder halt als Zehner oder im Dreier-Mittelfeld. Der ist mir auch im 4-4-2. Jetzt zum Beispiel neben Dorsch ist das mir auch noch, er ist noch zu jung und er hat diese Position nicht gelernt, um unser Spiel im Mittelfeld zu tragen. Also ihr seht schon, wir haben echt viele Baustellen, Jungs. Links Vargas war noch in der Rückrunde einer der Lichtblicke. Halte ich kurz. Ruben Vargas ist wichtig. Er ist halt einfach der Spieler, der mit am meisten gespielt hat, der einzig Tempo-Tribbler, der regelmäßig gespielt hat und hat auch viel gescored. Letzte Wochen, der ist unersetzbar. Der hat echt top gespielt. Der kann links und rechts auf dem Flügel spielen. Kann auch in der Dreierkette notfalls die Schiene spielen. Also Vargas, muss ich gar nicht so sagen, mit ihm bin ich sehr zufrieden. Mbuku, bin ich gespannt, wie es sich entwickelt. In der Dreierkette könnte das eine Option dann werden. Dann weiß ich nicht, warum er so wenig gespielt hat. Keine Ahnung. Ich habe hier zum Beispiel mit der Dreierkette auch mal gemalt. Ja, müsste man sich fast überlegen, so einen Zehner zu holen, ein Kreativspiel zu kaufen oder mit Mbuku zu planen oder einen Engels. Können die das auf dem Niveau? Wir brauchen Kreativköpfe. Mert Köhmel haben wir auch noch. Wir brauchen in unserem Spiel Kreativität, Leute. Machen wir das nicht, spielen wir die Dreierkette mit einem Rechtsbetschei als Staubsauger zum Beispiel und dann zwei Achtern davor mit Dorsch und Meier. Was heißt ich, Dorsch und Engels. Dann muss man vorne fast überlegen, da hat man Demirovic, Belio, Berisha, Cardona, dass man einen Stürmer noch holt. Der entweder sauschnell ist, der dir einfach da ein Gegenpart spielt zu den Jungs, die wir haben. Siehe Union Berlin mit Becker, darum funktioniert das hier so gut, die haben einen Brecher und einen Schnellen. Oder schau mal, Stuttgart spielt auch gerne Dreierkette. Auch Stuttgart spielt immer vorne mit Gürasie, dem Ballfestmacher und daneben halt ein Silas, der da das Tempo macht, die Konter einleitet, teilweise über das ganze Feld mit Ball rennt. Es braucht einen Spielertyp. Ich sage es euch, wie es ist, auch für die Dreierkette. Kannst du dir jetzt überlegen, holst du einen Zehner? In meinen Augen wäre das dann auch eine Option, dass du einen Kreativkopf holst, der dann Demirovic, Berisha, Belio, Cardona, wen auch immer, in Szene setzt. Unser Spiel mithilft zu gestalten, also die Sechse auch entlastet. Oder du holst für vorne einen Sturm, einen sauschnellen Spieler. Maurice Melon, weiß nicht, ob er das kann, sage ich ehrlich. Weiß ich nicht. Zu wenig gesehen. Hat er das Tempo, diesen Highspeed? Oder du holst vorne einen wirklich schnellen, quirligen Stürmer, der den Gegenpart spielt, zu einem Belio, zu einem Berisha, zu einem Demirovic. Die sind sich alle doch sehr ähnlich am Ende. Boah, Leute, habe ich ausgeholt. Habe ich ausgeholt heute. Ihr seht schon, auch Berisha weiß man ja nicht, ob er bleibt am Ende. Kaufoptionen sind gezogen, soweit man gehört. Auf jeden Fall wird sie eh gezogen. Dann wird man gucken, ob es dann Weiterverkauf gibt. Bei Baumi wird man sehen, ob man sich entscheidet, ihn zu halten, dass er auf der 6-8 hilft. Bin ich auch gespannt. Habe ich bis jetzt noch nichts Fixes gehört. Und man hat halt Calvin Jeboah, wo ich mir nicht sicher bin, ob der bleiben wird, weil die Kaufoption so hoch ist. Ich hätte ihn gern, wie gesagt, viel mehr auf dem Feld gesehen. Ich glaube, der hat schon Potenzial. Er hat ein klare Problem mit dem First Touch. Aber er ist eigentlich schon ein guter Junge. Muss ich ehrlich sagen. Tut mir schon weh, wenn er geht, wenn er nicht bleibt. Aber es ist halt schwierig mit der hohen Kaufoption. Bei Vega muss man gucken. Für mich bleibt er und ist ein 6er, 8er. Kann er uns da helfen? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nie gesehen auf der 6-8. Als LV war es okay. Aber auch nicht. Er hat nicht das Profil für einen LV, der uns hilft. Weder auf der Schiene noch in der 4er-Kette, wo es eigentlich hingehen soll in der Zukunft. Und als IV war es nichts. Na, war es nichts. Das muss man einfach so sagen. Gegen Gladbach, das war schon. Kräfte zerren. Ja, meine Lieben. Das war so ein kleiner Kader-Check. Bisschen Talk, Real Talk auch über unseren Kader. Teilweise auch hart. Ich weiß. Ich muss aber. Das ist mein Job hier. Tut mir leid, auch an die Spieler, die das vielleicht sehen. Ich glaube, vielleicht sehen sie es ja auch ähnlich. Wir haben viele Baustellen leider. Wir haben einen Umbruch gemacht in der Winterpause. Werden auch ein paar Spieler wieder gehen. Werden auch ein paar wieder kommen. Es ist jetzt schwierig zu beurteilen, wie wir in die Saison gehen. Nächstes Jahr, welche Spieler da sind. Was passiert mit einem Udo? Was passiert mit einem Berisha? Alles ja noch nicht sicher. Mit Pfeiffer haben wir auf jeden Fall einen ersten tollen Transfer eingetütet, der uns helfen wird. Da bin ich sicher. Aber eigentlich haben wir noch so viele Baustellen. Ich hoffe, auch der Verein sieht es so wie wir Fans. Rechter Verteidiger ist ein Must-Have. Und man muss auch vorne überlegen, was braucht es? A, ein Coaching unter Maßen. Um leichter ins letzte Angriffsdrittel zu kommen. B, was braucht es für Spielertypen, um wirklich uns mehr Durchschlagskraft vorne zu geben. In diesem Sinne, ich glaube, ich habe erstmal genug gesagt. War ja schon eine kleine Analyse auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Real Talk. Schreibt gerne in euren Kommentaren, was ihr zu den Themen sagt. Ich habe wieder ein bisschen Energie gefasst. Habt ihr, glaube ich, auch gemerkt. Und jo, im Sommer wird es viel Action geben. Und daher, eure Meinung ist gefragt. Ciao, ciao. Hey, 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 hey